hallo zusammen herzlich willkommen zurück zu hard world die drei nackten hier auf dem stein unsere basis wächst so ein bisschen mit dabei ist wieder fleischhammer und ein bisschen schnell so sieht es aus ich habe kaum platz im winter ich muss mir ein bisschen so gehen wir wieder runter noch mal mehr holz wir müssen feine und wände machen wir müssen sachen machen wir müssen die axt kreisen lassen absolut spieler töten die liste ist lang das war auch ein holzbalken zusammenbleiben ist wirklich eine gute sache weil das macht ja auch eindruck hier bob in dem felsen hinter uns in dem bus hinter uns ist noch wer sich richtig richtig schwierig schwierig spieler hat noch schon die kurzform für knappe ding so eine kämpfe die soll ich kein lackshot hier aber eisen habe ich können uns alle mal eine schöne eisenhacke machen oder kann man direkt ein level kram holen weil dann haben wir die schon egal ob es uns abballern oder nicht die hören übrigens dahinten der sandstein ja und die base hier oben auf dem stein rechts von uns ne links rechts von uns ja links von uns keine ahnung ja die links von uns scheint leer zu sein also heute zumindest ich bin beschossen wurde ich hab beschossen dann wird auf mich geschossen wieder na klar schießt du du assi nein ich hab nicht auf dich geschossen ehrlich jetzt da oben steht er auf dem weg da steht auf der base rechts steht er ja alles klar zwei zwei sind zwei wo denn ich sehe sie nicht ah da ja alles klar du assi ich hab mich so gefreut wenn ich um seinen scheiß kopf geschossen hatte lass ich die pfeile verschießen jetzt sagen wir gehen ran oder oh was für ein schuss was für ein schuss ich hab's ein bisschen abgelenkt ja ich bin hinter dir ich geh links links kommt einer runter bam hast du dich ah fuck schon wieder schon wieder rechts kommt zwei geht zurück geht zurück ah schwierig schade war dumm bei lebenden und zielen da ist auch ein bisschen auf mensch schießen ist nicht so meins wo ist denn eigentlich mein pack wo ist mein speer wir sollten vielleicht mit dem mal reden das macht doch keinen sinn die reden nur eine andere sprache ja irgendwas russisches glaub die sind cheater russisch stimmt der russer an sich cheater gut vielleicht nicht aber hi servus der hat servus gesagt der hat servus gesagt prüsti die ballern noch auf dich ne ne die schießen auf irgendwas aber nicht auf mich ok auf einen jack ne 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 klar höre ihre schritte ich weiß wo sie hingehen aber ein bisschen mich noch nicht bis jetzt bin oberhalb von denen aber quasi nicht im sichtfeld die haben wahrscheinlich auch nur angst um ihren besitz ne also wir sollten doch nicht so hart sein das problem ist das problem ist ja wenn die da ihre basis haben dann haben sie auch einen besitzstab und das heißt sie kommen auch immer wieder raus naja haben sie mit sicherheit also von daher weiße hat mich gekriegt ach ich habe ihm gut zugesetzt so ich habe zumindest zehn pfeile besser als nicht ne das waren die nicht Bob die sind wieder in ihrer base dann sind da nochmal zwei drei andere Leute ah munition ist leer das ist schwierig ok bin weg ne 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 nene den Bogen muss ich ja ich noch üben meiß ich, gegen so kleine unschuldige Gemsen er macht nur 30 schaden pro treffer der bogen die andere ding die was an die große stock montierte wie heißt nicht ob wir zukommen geht auf gegen angriff und die macht sich der speer macht 80 ja aber der spieler ist halt auch weg ne ich meine also der speer ist halt auch weg in den wirfst ja das ist die große frage jetzt auch mit ganz normalen stuken ich habe ihn gestrungen da bist du feige von der mancher hier sehe ich eine halbe base hier schweben mich teile in der luft rum hier ist volle fette base auf dem hügel oben ist anscheinend decayed von unserer seite aus links lang vor unser steht ja wenn man von der wüste kommt so dann rechts wahrscheinlich also unsere basis unsere alte basis im rücken und dann nach links scheint noch was drin zu sein also sind oder die sind noch nicht decayed das ist wirklich fertig die hütte hier ach schade nee ist zu oben nee die muss nicht unbedingt zerfallen sein ach ich bin doch gar nicht in der nähe vergisst es ich habe das verwechselt vom entfernung ich sag mal wenn wir die wenn wir die ersten wände oben haben und haben dann unser wird dann weder tod gewesen deswegen will ich jetzt ans regner war kommt über mich doch scheint so ich werde feucht er wusste weil auch ob da ist nicht bob harte grund dafür vor allem harter grund ist das auch schon wieder schwierig oh mein aber mann ey muss das immer sein ist irgendwie still ohne euch ja es ist auch ein bisschen traurig lass uns hier so wegnatzen man hätte hätte ich mich nur weg platzen lassen ja dann hätte man noch mal leben können hätte man sagen können okay das ist halt minjas aber ist ihr beide pro gamer der pop war halt auch drei wochen raus also ja gut ich weiß es nicht ja muss ich auch mal wieder eichen erstmal weißt du zum bogen jetzt mal hier auf null pegel wenn du überlegst wie wo dann am anfang nur den sperr geworfen hat ne nee keine ahnung kannst du anfangen im live stream ja ne warst du ja noch nicht dabei ne wie hat er den sperr geworfen schwierig schwierig du hast so gut wie nicht getroffen auch mit einem feinen bogen war nicht so aber jetzt ist er mittlerweile pro gamer er hat schon 40 stunden spielzeit im spiel hat leider heute abend keine zeit also wir sind immer in der gleichen aufnahmesession wir haben jetzt drei folgen gemacht ne vier oder sind die dritte jetzt die dritte genau und ähm wir hätten ihn gerne dabei gehabt vielleicht ist er in einer der nächsten folgen dabei ja denk schon oh wieder ein bisschen mehr zeit hat so am wochenende mhm blöde Gämse Jacky bist du an der Basis? ich bin an der Basis ja okay der Sitzstange zehnmal hast du schon zugemacht? nee okay guck mal was wir brauchen für den scheiß Besitzstange er soll ich erstmal auf Holz farmen dass wir zumachen können? ja klar dann geh ich hier unten farmen bevor ich hochkomme mach zu eh mal ich hab 44 Holz jetzt zwei Planks zu 29 40 hast du leise gewonnen? icke? ja nee hab man gar nicht okay mhm bist du doof grad schon mehr? ne so nein ist einfach ein bisschen ruhiger so bist du oder? ja manchmal so ein bisschen ja manchmal so ein bisschen Leute nehmen die hier mit wohnen ich bin ja nicht allein ja siehste ich bin allein das würde es denn gehen das würde gehen das würde gehen sag mal spätestens wenn die Besitzstange steht und wir also das Haus ist erstmal außenrum zu soll man eigentlich die Werkbank abbauen? das ist ein Bauhammer? nein das Haus ist außenrum zu aber du befehlt die Besitzstange kann das sein? ja für die Besitzstange bräuchten wir mal das Stein machen ähm Sachen wie viel? mehr ähm bräuchten wir für Sachen für die Besitzstange achso wir brauchen mehr Lehm genau Lehm ist das Lehm Lehm war aber aus war das alles okay soweit Lehm war aus äh Stein oder? oder wurde der hergestellte Lehm? ne der war aus Stein du holst den raus ja ja ok nein nein der wird nicht gecraftet nein nein das ist eine Ressource 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 Haben wir Bob schon von dem Flugzeugträger erzählt? ne noch nicht was? Flugzeugträger so wie das High Loot Area jetzt kippt ihr ein Flugzeugträger in der Wüste ich glaub da oben die Basis wächst ah ne nicht schräg ne die Basis die ok was auch unterhalb von unserer Basis ist aber genau die Basis die unterhalb von der alten Basis ist weißt du die oben die hat so einen Überhänger gehabt weißt du wie so ein L wenn umgekehrt ist ja ja wie ein T eine Seite da läuft die das bin ich jump steh dich nicht steh dich nicht steh dich nicht die baut sich glaub ich weiter aus das L ist glaub ich ein bisschen größer geworden das ist ein bisschen Anspannung hier im Feld und so ganz allein können du kannst schon wieder singen nicht bitte bitte nicht ok da brauchen wir was hat das bin ich also wenn es jetzt gleich aufhört bin ich es Moment Pfeil ich hab einen Pfeil ich hab einen Pfeil ich hab eine Chance auf jeden Fall sagen wir mal so jetzt hab ich aufgehört mal abbauen übrigens noch drei Lehm wieviel brauchen wir denn noch äh dann nicht mehr viel äh ich glaub noch fünf ok also noch einmal leben wo ist der Lehm einmal zweimal leben das ist echt nicht schön das ist echt nicht schön singst du? das nervt mich ja selber gib mir den Lehm gib mir den Lehm mhm mhm pssch ok hier überhaupt das ist super nett Leute so da zu Idioten was? ich seh jetzt was auf dem Ding drauf ist alles klar ein Ding ja ist ja ein Ding so ein Sunshine wäre noch eine echt coole Sache die Peniskiste warum? vor allem das ist ja nicht mal unauffällig weißt du wenn man so ein Gag macht weißt du oben auf die Speerspitzen ganz klein weißt du nur vergrößert auf drei Pixel gesehen ne einfach mal so auf die Küste gemalt ist gut wie alt sind die Entwickler? naja nicht alt ne oder die haben Humor wenn auch primitiven aber ist gut Hallo? die kannst du nicht aufmachen warum nicht? ist ja die Wand noch offen ist noch die Wand offen nach hinten echt? ja die Wand nach hinten ist offen da kannst du durch clever ähm was wollt ihr von mir man was wollt ihr von mir sammelt ihr Holz? ich Antes ouais wie war's hier? bricht mal ein bisschen weils ihr war ein bisschen warm die Eisen nehme ich da mal raus ne0 ja noch keine Decke gemacht ne0 nein ist auch da eine Ja, ich kriege jetzt wieder einen Pfeil ab. Ja. Wiegt dann auch die Zeit? Ja, geil. Schiefingenieur wird von Hunger getötet, das tut mir leid. Das ist der Schiefingenieur verhungert. Oh. Da schießen Pfeile unten. Ja, aus welcher Richtung kommen die? Ich sehe das nämlich nicht. Links, von der Basis, wo die waren eben. Okay. Ach, da steht er. Ja, ne, doch, da oben. Ob, hast du noch genügend Pfeile? Ähm, wohl, weil ich gestorben bin. Leider nicht so viel Holz und Stein gesammelt habe. So, hier, 15. Ja. Hier, die Limmelkäste. Hast du wieder nur das Holz für Pfeile verschwendet? Ja. Natürlich, ich glaube, Bro. Ich komme, ich bin, ich... Stammcheck. Okay, wieso nicht? Der kennt den, der kennt den. Er ist es nicht. War schon wieder der Volk zu Ende. Wir haben noch nicht mal die Besitzstange. Die ist überhaupt nicht zu Ende. Er fasst, sagt ich. Nee, die ist auch nicht fast zu Ende. Hast du Lehm bekommen? Nein. Dafür aber Sehnen. Kannst du mit dem Stein was anfangen? Und kannst du das Steinband hochziehen? Äh, da hinten, ja. Kann ich machen, ja. Ich habe noch 14 Steine, also normale Steine einstecken. Äh, dann... Steck sie mal hier rein. Hab ich. Achso, 14, ja. Moment. Äh, ist hinter mir, was? Jetzt. Alter. Bob. Nicht draufstehen, Bob. Nicht draufstehen. Du verbrennst. Fühl mich wohl. Wie viel Komfort? Einfach weg. Ähm, wie viel kostet, äh, ein Dach? Warte mal. Jetzt krieg ich noch kurz mal entschieden. Holzboden. Wie viel? Holzboden. 20. Also reichen... Na. Du brauchst drei Stück. Was ist denn mit E? Achso. Ja, drei. Werkzeug, Materialien. Also, Holzplanken. Eins. Drei. Dürften reichen. Ich gucke mal um die Ecke, ob der Sandstein wieder gespawnt ist. Und dann mach ich jetzt nochmal feilen, oder was? Ne, ich mach einfach nur... Achso, die kann ich ja... Stimmt, die kann ich abbauen. Nehmt ihr mal die... Jungs. Was denn? Könnt ihr mal die Werkbank ausräumen? Die Sachen, die da drin sind? Ja. Hey, Captain, Jack. Geh mal weg. Nehmen wir mal. Ich hab's leer. Komm, Pause ab. Genau. Geht nämlich gut. Zack. Hüpf. So, dann musst du uns aber aufmachen, weil wir kommen nicht rein. Ja. Hüpf. Das ist ja. Schau. Das ist nicht für leicht, ne? Das ist nicht für jeden was. Pop. Oh, das war ein bisschen... Ja. Oh, sorry, bitte. Komm noch rein. Gleich zu ihm mal. So, Jungs. Also eine Decke machen. Mach dir gleich eine Decke. Erstmal... Geh mal weg. Bitte. Pop. Bitte. Okay. Stell die Werkbank doch... Ähm... Genau. Dann können wir erstmal wieder auffüllen. Ich hab auch noch fünf Eisen dabei. Fünf Eisen, äh, bearbeitetes Eisen? Ja, ja. Dann haben... Wo ist denn... Holz? Hast du das Holz noch? Lass uns mal... Machen uns mal ein paar, paar... Ähm... Holzächse. Was? Holzächse. Also... Äh, die guten... Ja, die Eisenächse. Ja, die Gusen, ja. Die Gusen. Okay. Bergbank, Eisen... Spitzhack, Stein... Eins, zwei. Eisenachse. Ui! Hey! Äh, du hast den Bernstein rausgenommen. Wie brauche ich? Nö. Ähm, warte. Kann ich nur eine machen. Wegen Holz, oder? 20 Holz, eigentlich. Ja, genau. Dann nehmen sie den raus. Nee, nimm... Nimm du sie nicht. Nimm sie raus. Ich bin hier... Der Bauer und Schießer. Okay. Ansonsten geht der Holz. Man kommt jetzt auch nicht rein, oder? In die Basis. Man kommt nicht... Man kommt nicht in die Basis rein, wenn, ähm... Du... Also... Man kann's abbauen. Ich konnte die Tür nicht aufmachen. Nee, du kannst aber abbauen. Dann müssten wir jetzt noch soweit mal ein bisschen Totem haben, ne? So. Upsi. Wie viel brauchen wir denn noch, bis von dem Totem? Ähm, noch vier Lehm. Und dann... Dann hätten wir's. Bisschen Holz fertig aus. Dann hätten wir's, ja. Okay. Dann müssen wir das mal offline machen. Rob? Kumpel. Was ist los mit dir? Alles. Tipptopp. Hier. Du Wolf. Oh nein. Nein. Spuckst du jetzt hier hin? Ich hab roten Fleisch hier. Was könnte jetzt mit mir passieren? Äh... Und? Was könnte passieren? Nee, nischt. Passiert gar nichts. Wie? Na, gar nichts. Aber jetzt was? Hau nochmal in den Rinn. Doch mal. Naja. Gut. Wir sind am Ende einer Folge von Herd World. Es hat kaum wehgetan. Wir machen auch offline wahrscheinlich diesen Besitzsteinstein da fertig. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Wenn's euch gefallen hat, dann... Oh, hast du grad mit der Hand durchgegriffen. Nee, ich wollte eigentlich in seine Nase. Na gut. Ja. Shit, die war's geil. Einen schönen Abend. Bis dahin. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Tschüss. 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 Tschüss.